Sehr geehrte Fahrgäste, heute endet der Zug außerplanmäßig in Köln Hauptbahnhof. Grund ist, dass der Zug dringend in die Werkstatt muss. Wir sind froh, wenn wir Köln überhaupt erreichen. Der Lokführer ist wegen eines anderen verspäteten Zuges noch nicht eingetroffen. Wir blockieren gerade das Gleis für seinen Zug. Wir sind selbst gespannt, wie das aufgelöst wird. Leider wissen wir nicht, ob der nächste halt Dortmund oder Essen ist. Laut meinen Informationen halten wir in Bochum. In der Leitstelle geht keiner ans Telefon und der Lokführer weiß auch nichts Genaues. Wir melden uns, wenn wir mehr wissen.